Tagesdosis Wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Ein Kommentar von Matthias Bröckers In München ist wieder Unsicherheitskonferenz. Ich hab aber eigentlich keine Angst. Bevor ich das erkläre, muss ich allerdings als anerkannter Kriegsdienstverweigerer und Friedensfreund ein Geständnis ablegen. Es ist mir unangenehm, aber auch ausführliche Selbstbefragungen und Gewissensforschungen konnten das Gefühl nicht abstellen, dass mich neuerdings überkommt, wenn ich etwas über Kinsal, Avantgarde, Poseidon, Borevesnik, Pireswet oder Sarmat lese. Da kommt jedes Mal Freude auf. Und das ist mein Problem. Denn bei diesen Schätzchen handelt es sich um die modernsten und leistungsfähigsten Massenvernichtungswaffen überhaupt. Hier eine Kurzbeschreibung. Kinsal Eine überschallschnelle, luftgefeuerte Marschrakete, die mit Mach 10, 7700 Meilen pro Stunde, fliegt und sowohl Bodenanlagen als auch Schiffe zerstören kann. Avantgarde Ein wendiges, überschallschnelles Nutzlastzuführungssystem für interkontinentale ballistische Raketen, das schneller als Mach 20, 15.300 Meilen pro Stunde fliegt. Es hat eine Reichweite von 740 Meilen und kann eine Kernladung von bis zu 300 Kilotonnen tragen. Poseidon Ein autonomer, nuklearbetriebener Torpedo mit unbegrenzter Reichweite, der sich in einer Tiefe von 3000 Fuß bewegen kann und dabei etwas über 100 Knoten beibehält. Borevesnik Ein nuklearbetriebener Marschflugkörper, der mit rund 270 Meilen pro Stunde fliegt und 24 Stunden lang in der Luft bleiben kann, was ihm eine Reichweite von 6000 Meilen verleiht. Peresvet Ein mobiler Laserkomplex, der Drohnen und Satelliten, Blenden sowie Raumfahrt- und Luftaufklärungssysteme zerstören kann. Sarmat Eine neue, schwere, interkontinentale Rakete, die beliebige suborbitale Kurse fliegen kann. Zum Beispiel über dem Südpol und beliebige Punkte überall auf dem Planeten trifft. Da sie keiner vorhersehbaren ballistischen Trajektorie folgt, ist es unmöglich, sie abzufangen. Was wir hier haben, schon einsatzbereit im Arsenal der russischen Armee oder bereits getestet und aktuell in Produktion, ist für das US-amerikanische Imperium mehr als nur eine Ansage, es ist seine Niederlage. Mit der 2002 von George W. Bush vollzogenen einseitigen Kündigung des ABM-Vertrags, der den Bau von antiballistischen Raketen verhinderte, in dem Glauben, dass das von Yeltsin heruntergewirtschaftete Russland ohnehin nichts auf die Beine stellen kann, haben sich die USA fatal ins Knie geschossen. Ganz nach der geopolitischen Regel, Amerika spielt Monopoly, Russland spielt Schach, haben die schlauen Russen nämlich mit weniger als einem Zehntel des US-Rüstungsetats Verteidigungssysteme entwickelt, die unbesiegbar sind. Natürlich können USA und NATO mit ihrem vielfachen an Material in Russland immensen Schaden anrichten. Aber nur um den Preis, umgehend komplett in Schutt und nukleare Asche zu versinken oder in per Poseidon nuklear ausgelösten gigantischen Tsunamis. Auch die Zeiten, in denen Washington mit seinen Flugzeugträgern vorfährt und Bomben auf wehrlose Länder regnen lässt, dürften bald vorbei sein. Die milliardenteuren Dickschiffe sind für Kinzaal und Avantgarde nur noch Lame Ducks. Kein Abwehrsystem kann mit 20-facher Schallgeschwindigkeit ankommende Raketen abfangen. Genauso wenig wie das nukleare Monster Sarmat von der NATO, Satan II getauft, mit mehr als der hundertfachen Kapazität der Hiroshima-Bombe. Schon als ich vor einem Jahr zum ersten Mal von diesen Hyperschallwaffen hörte, schrieb ich, dass die außen- und verteidigungspolitische Parole jetzt nur lauten kann Don't mess around with Ivan. Und das gilt mehr denn je. Wäre es angesichts dieser neuen Figuren im geopolitischen Schach nicht höchste Zeit, über neue Friedens-Nicht-Angriffs-Abrüstungsverträge zu verhandeln? Sollte das dank Kinzaal und Co. wiederhergestellte Gleichgewicht des Schreckens die definitive Mutual Assured Destruction, MAD, nicht der Punkt sein, innezuhalten und nachzudenken? Also statt weiter sinnloses Aufrüstungsmonopoly zu spielen, mal auf das Schachbrett zu schauen. Und die Monopoly-Berater, die Bundeswehr und Rüstungskonzerne gleichzeitig beraten, sofort zu feuern und Strategien zu entwickeln, wie eine Post-NATO-Welt, eine globale multipolare Sicherheitsarchitektur aussehen soll. Wie Frieden und Freundschaft mit Russland, China und dem Rest der Welt hergestellt werden kann. Und wie wir den an militärisch-industriellem Komplex leidenden Patienten, das niedergehende US-Imperium, von der Dummheit abhalten, noch einmal wild um sich zu schlagen, wie es sterbende Riesen manchmal tun. Es wäre schon längst höchste Zeit, das alles anzugehen. Das hypersonische Waffenpotenzial Russlands macht nur noch einmal besonders deutlich, endlich anzufangen. Und deshalb habe ich gelernt, diese Bomben zu lieben. Niemand kann jetzt mehr im Ernst daran glauben, dass die Blechbüchsen-Armee der NATO mit Figuren wie Trump und unserer Flinten-Uschi an der Spitze schaffen, was weder Napoleon noch Hitler mit ihren Blutbädern erreicht haben, nämlich Russland unter die Knute zu zwingen. Und niemand sollte sich mehr einreden lassen, dass höhere Rüstungsausgaben daran irgendetwas ändern. Matthias Bröckers schrieb mit Paul Schreier 2014 den Bestseller »Wir sind die Guten« – Ansichten eines Putin-Verstehers, der diese Woche in einer aktualisierten und erweiterten Neuausgabe im Westend-Verlag erscheint. »Wir sind immer die Guten« – er bloggt auf bröckers.com. »Wir sind die Guten« – Un voralldessenen. Vielen Dank.